Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben beim letzten Mal Morden und Garrus wieder rekrutiert. Und dabei ist mir beim letzten Mal noch aufgefallen. Ich wollte eigentlich nochmal auf Omega. Das können wir überspringen. Und zwar nochmal ins Afterlife, denn wir haben ja auf der Mission mit Archangel was mitgenommen. Das können wir ja mal gerade abgeben, bevor wir weitermachen. Das ist jetzt ziemlich egal. Das können wir nicht so sehen, wie ich das sehe. Aria hat die Arbeit für dich. Was musst du? Das Datapad war auf einer der Mercen nach Archangel. Sie kommen für dich nächstes Mal. Ich muss es sehen. Interessant. Würde jemand mir sagen, wie diese Information die Netz verholt? Ich schaue es. Danke für die Hände, Shepard. Sieht, wie ich ein bisschen was Klinik in meiner Organisation machen muss. Danke. Vielleicht komme ich später. Du machst das. Aber er sagte gerade, er hat Arbeit für mich. Hat war denn irgendwas dazu zu sagen? Nee, natürlich nicht. Apropos. Ja, bitte. Dann haben wir das auch schon erledigt. Sehr nice. Ich dachte, du brauchst was. Okay, dann ist ja gut. Dann können wir ja wieder zur Aumelie zurückkehren. Nein, hat sie nicht. Ich war gerade da. Aber ich finde, wir müssen auch mal bei einem Morde noch im Labor vorbeischauen, weil wir können ja auch Upgrades machen. Und genau, wir sollten dann auch recht mal ein paar Rohstoffe besorgen. Aber ich glaube, das können wir später noch machen. Wir haben so viel, dadurch, dass ich den Spielstand importiert habe, dass wir das schon auch später machen können. Und das mache ich dann so oder so auch als Zeitraffer. So. Gut zu wissen. Waffenupgrades. Jetzt haben wir irgendwas. Sturmgewehr. Kann ich nicht benutzen. Panzerung. Medi-Kapazität. Hecht-Schaden. Bringt mir auch nichts. Schiffsverbesserung. Ja, 50.000 Platin. Nope. Trübenfruchtgeschrittenes Training. Ja, das habe ich schon. Raketenwerfer. Munition für schwere Waffen. Das ist sinnvoll. Was haben sie getan? Was war das Spezial-Task-Grupp mit dem Krogan-Genophage? Study it first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to Genophage, overcoming disease. Und dann? Was hat dein Team getan, als er gelernt hat, dass die Krogan den Genophage übernommen? Was war das die beste Lösung? Was war das? Ja, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, darüber so zu urteilen. Weil er hat getan, was er zu dem Zeitpunkt für das Richtige hielt. So, Treibstoffdepot. Wir können ja mal... Moment, was müssen wir im Moment alles machen? Ähm, was machen wir denn alles? Ich würde sagen, wir gehen erst einmal zur Absturzstätte der Normandy. Wo wir schon hier sind. Ähm, ich habe eine Anomalyse detektiert. Ähm, ich habe eine Anomalyse detektiert. Ähm, ich habe eine Anomalyse detektiert. Oh, Iridium. Und Palladium. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Also, wo wir schon mal gerade den Planeten am Scannen sind. Oh. Der Pfeil zeigt halt nur, dass da eine Anomalyse ist. In dem Fall halt eine Mission. Sonden hätten wir für jeden Fall noch mitnehmen müssen. Element Zero ist leider ziemlich selten. Aber ich glaube, das, was man durch das Importieren kriegt, reicht an sich aus. Wenn man nicht gerade ständig die Bonuskraft neu auswählt. Probe weg. In den Forschungsprojekten. Das Team ist benutzt, um heavy Weapons, Submaschinen-Gunnen und Assault-Reitungen zu erzeugen. Probe weg. I have found something. I have found something. I have found something. Hier muss ich mal gerade was machen. Weil, das geht gar nicht. Die Szene gerade. Das kann nicht sein, dass da die ganze Zeit Chips eingeblendet werden. Die, äh. Die sind okay. Gruppenkräfte. So, das speichern. Wo ist denn das? Tasten-Zuordnung. Tasten-Zuordnung. Ähm. Ähm. Grafik. Nee. Wo kann man das denn einstellen? Das muss doch irgendwo gehen. Gab-Option, Maus invertieren, nein. Möchte ich nicht. Tasten-Zuordnung. Eigentlich kann es das ja nicht sein. Hä? Als ob es das nicht gibt. Er soll aufhören mit Tipps einzublenden, wenn da eine Cutscene ist. Das sieht doof aus. Ähm, Schockwelle. Zerstörer. Erhöht ihren Waffenstand. Sie hat einen Schadensbonus auf ihre Kräfte. Also Champion, hallo? Wir brauchen Paragon-Renegade-Punkte. Weil die werden wir brauchen. Das, äh... Ich denke, die Menge ist nicht mal entscheidend, aber das Verhältnis. Ich kann es, glaube ich, jetzt nicht erklären, ohne zu spoilern, aber... Ist ein bisschen konterintuitiv. So. Also, was wir jetzt im Prinzip machen, ist, äh, die Dienstmarken einsammeln von den ganzen... Ne, von den ganzen Normen, die Besatzung, die umgekommen ist. Hä? Man sieht hier auch irgendwie nicht so viel. Aber die Kiste steht da wenigstens gut. Sie war ein gutes Schiff, das muss man echt sagen. Ne, ich möchte das Denkmal noch nicht platzieren. Sehe ich es, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich werde die wahrscheinlich auch nicht alle suchen, aber... Zumindest mal so die Hälfte oder so. Man kann ja auch später wiederkommen, aber... Ich möchte das Denkmal nicht da platzieren. Da ist noch ein Dienstmarken... Da! Oh, super. Da sehe ich noch eine. Ich möchte hier nur hoch. Hallo. 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 Das hier war mal das CIC. Ich muss auch sagen, Ich frage mich manchmal, was... ...wie das Spiel gelaufen wäre, wenn Presley überlebt hätte. Was er zu manchen der Entscheidungen, die wir noch treffen müssen, sagen würde. Weil der... Ich finde... Ich weiß nicht. Der hat da einfach viel Potenzial, fand ich. Aber kann die Waffe nicht wegstecken, ne? Das Ding habe ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt, oder was? Irgendwo hier war, gerade eine Einblendung. Ah. Man kann das genau hinsicht sogar sehen. Ich bin... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, weiter im Text. Ich glaube, hier echt was passiert, wenn man keinen Treibstoff mehr hat und nicht mehr über den Schwung an ein System kommt. Das finde ich auch komisch. Man kann nicht gleichzeitig tanken und Dings kaufen. Ja, es ist. Hm, was machen wir zuerst? Umlaufbahn. Miranda und Gareth würde ich sagen, weil Gareth ist, es ist Gareth. So, du kriegst Betäubungsschuss. Miranda. So, bei mir geht grad nicht mehr. So, bei mir geht's. Nein. Das wird nicht passieren. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin. Ich bin nicht. 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 Das ist ein Demut. Wie vendo ihn sind? Ich habe dich nicht. Geht doch. Geht doch mal über Jack. Ich würde gehen. Ich wünsche, dass ich gehen könnte. Ich höre das Schremen in meinem Kopf. Es ist Nacht. Ja. Alles klar.